Jo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich seh nicht nur aus wie Berlin, ich bin auch in Berlin und ich will wissen, wie dumm ist Berlin? Ich bin ein Berliner. Nochmal? Ich bin ein Berliner. Ich bin was? Ich bin ein Berliner. So, ich zieh mich jetzt wieder um wie ein waschechter Bromato, damit ihr mich auch wiedererkennt. Let's go! Riechst du gut ab? Ihr könnt 5 Euro gewinnen, wenn ihr mir sagt, von wann bis wann der erste Weltkrieg war. Jetzt fühl ich mich richtig dumm. 2013 bis... Irgendwas mit 30. 1913 hat er angefangen. Bis? 1924 oder was? Elf Jahre? Kann sein. Ja. 13 Jahre? Nee. 1915 bis 1918. Ich bin ein Berliner. Ihr sitzt jetzt hinter eurem Tablet, Laptop oder Handy und denkt, ihr seid ganz schlau, aber wenn ihr die richtige Antwort gewusst hättet, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Was besteht ein Diamant? Diese Kohle, diese schwarze Kohle. Äh, Gold? Ein Diamant besteht doch nicht aus Gold. Hä, das ist Kohle? Ja, Goldstoff ist richtig. Ist dann, Digga. 5 Euro, wenn du mir sagst, wie viel Prozent der Erde mit Wasser bedeckt sind? Äh, 90. Dreiviertel der Erde. 95, 88? 95 oder 88? 95. 5 Prozent sind nur Land. Ich bin einfach sehr dumm. Nein. Das bin ich überfordert. Regina, 5 Euro, wenn du mir sagst, wie viele Sterne auf der amerikanischen Flagge sind. Ach du Scheiße. 12. 21. 21, 20. Äh, 12. 24. 38. 50 wäre die Antwort gewesen. Das merke ich mir jetzt aber. Ich merke mir wenig, aber das merke ich mir jetzt. Wer war der erste Präsident von Amerika? Joe Biden. Boah, keine Ahnung. Donald Trump. Was? Obama, oder? Was redet ihr? Der erste Präsident von Amerika? George Washington. Irgendwas mit Lincoln, oder? 5 Euro hast du dir verdient. War das Abraham Lincoln? George Washington. Für was stehen denn die Sterne auf der amerikanischen Flagge? Keine Ahnung. Bundesländer? Nee, ich bleib reich. Auf welchem Kontinent liegt die Sahara? Afrika. Afrika. Ja! Ja! So einfach geht's. Die war ja end easy. Ich hatte, glaube ich, damals Asien gesagt. Das ist also ziemlich dumm. Ich habe nie gesagt, ich bin schlauer als die Berliner. 5 Euro, wenn Sie mir sagen, wo das erste Mal die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Deutschland? In Athen. So einfach geht's? And don't you come back no more. Sie können 5 Euro gewinnen, wenn Sie mir sagen, wer vor Angela Merkel Bundeskanzler war. Oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Wer war denn das? Ich bin so schlecht. Schröder? Das ist richtig, Gerhard Schröder. Ich bin 5 Euro. Danke. Weißt du irgendeinen Bundeskanzler generell vor Angela Merkel? Nee. Was ist die Hauptstadt von Australien? Canberra? 5 Euro, wann? Ja, okay. Langsam verliere ich mein Geld. High Five, oder was war das? Wann wurde Amerika entdeckt? Oh, nee. Das weiß ich nicht. 1492. Oh, nicht schlecht. Dein Baby. Von wem ist die Freiheitsstatue in New York? Scheiße. Verkackt. Frankreich. Frankreich? Ja. Boah, an dem habe ich mein ganzes Geld jetzt verloren. Wow. Cool. Wie viele Planeten sind in unserem Sonnensystem? Scheiße. Ach. Neun. Neun? Kommt drauf an. Ja, genau. Pluto ist nämlich ein Zwergplanet. Was, Bruder? Irgendwie dumm. Wer ist der französische Präsident aktuell? Oh, nee. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 5 Euro, wenn Sie mir sagen, wie viele Tasten hat ein Klavier? 72. 36. Glaub ich bereiten. Aber keine Scheiße. 4. 88. Grüße an deine Freunde. Äh, nee. Nenne mir Pi auf fünf Kommastellen genau. Ich bin achte Klasse. 3,14. 1,4. 1,6. Was? Woher soll ich das wissen? Soll ich ja beraten? Mathe. In Mathe kenne ich nichts. In Mathe bin ich ganz ehrlich scheiße. Ja, acht. Nein. Walla, Krise. Alle reden. Also, meine Mutter hat mich halt modeln lassen. Ich weiß nicht, wieso. Was soll ich sagen, Bruder? Ja, riecht kein Kass. Grüße gehen raus an. Laura. Laura steht hinter der Kamera. Laura. Wow, wow, wow. Berlin hat noch viel zu lernen, aber wer nicht? Das war es mit diesem Video. Ich kann euch nur beibringen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel, kommentiert was, teilt es mit euren Freunden und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Voll ab, bitte. Ciao. 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 Oh mein Gott, Chili. Oh mein Gott. Du musst auf und die Karten. Oh mein Gott.